Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Mathematik, heute mit dem Betrag und dem Signum. Und ja, bevor wir starten, will ich ganz kurz ein bisschen was zu der Reihe noch sagen, denn diese Reihe neigt sich dem Ende zu. Nicht die komplette Mathematik natürlich, ihr werdet wahrscheinlich jetzt komplett verwundert, wenn wir jetzt hier nicht irgendwas mit Vektorräumen und sowas noch machen würden. Das hier sind eigentlich so ein bisschen die Grundlagen, so ein bisschen für mich die Mengenlehre unter allem und man braucht alles davon, um darauf aufzubauen. Und jetzt als nächstes würde ich wahrscheinlich in Richtung Analysis ein bisschen gehen. Das heißt, ja, wir gucken mal, ob wir direkt weitermachen oder ob wir vielleicht eine andere Serie zwischenreihen schieben oder, oder, oder. Allerdings wird diese Reihe natürlich im Nachhinein auch gerne noch ergänzt. Das heißt, wenn euch irgendwie zum Beispiel ein Beweis zu einer bestimmten Sache irgendwie fehlt oder so, dann können wir das gerne machen. Und vielleicht habe ich ja auch irgendwann mal die Möglichkeiten, aufwendigere Animationen zu machen. Aber bis dahin sei an der Stelle mal ganz kurz Free Blue One Brown Event, der auch Mathe-Videos macht und Teile, die ich hier auch zeige oder definiere, sehr, sehr anschaulich zeigt. Also auf jeden Fall ein kleiner Shoutout an diesen Kanal, findet ihr auch auf YouTube. Gut, und ja, damit lasst uns mal richtig starten. Und zwar mit dem Betrag und dem Signum. Das ist im Endeffekt eigentlich relativ leicht zu verstehen, hat aber ein paar interessante Rechenregeln, die da mitkommen. Das heißt, wenn wir hier mal kurz reingucken, sehen wir, wenn wir den Betrag definieren, sieht das so aus. Der Betrag ist definiert als zwei Striche um x drumherum. Das sehen wir relativ häufig und brauchen wir auch immer mal wieder, wenn wir rechnen. Und macht im Endeffekt umgangssprachlich gesprochen eine Zahl positiv oder 0, je nachdem. Das heißt, formell definiert ist das so eine Dreierklammer. Und die gibt es für alles Mögliche. Und das heißt, wenn wir mehrere Fälle bei einer Funktionsdefinition haben oder generell bei einer Definition oder bei irgendetwas haben, können wir uns so eine große Klammer hinschreiben und dann sagen wir einfach, ja gut, das Ding ist halt x, wenn x größer 0 ist. Es ist 0, wenn x gleich 0 ist und es ist einfach minus x, wenn x kleiner als 0 ist. Man hätte hier übrigens auch diese beiden Fälle zusammenfassen können, das gibt es auch manchmal. Das heißt, x, wenn x größer gleich 0 ist und minus x, wenn x kleiner 0 ist. Das kann man schreiben, wie man möchte. Da gibt es mehrere Schreibweisen. Das hier ist die ausführliche Schreibweise, weil wir hatten ja offiziell eigentlich nur die Trichotonie definiert. Das heißt, entweder ist x gleich 0, es ist kleiner als 0 oder es ist größer als 0. Und darauf nimmt das hier Bezug. So, also umgangssprachlich gesprochen wird meine Zahl einfach 0 oder größer. Das heißt, wir können keine negativen Zahlen mehr haben, weil alle negativen Zahlen werden einfach umgedreht. Das heißt, mein x ist negativ, haha, wir drehen es mit einem Minus vorne dran um und damit wird es positiv. Wir machen das Vorzeichen weg, wie man so schön sagt. Okay, und das Signum ist definiert als Sign von x und gibt mir im Endeffekt genau das Vorzeichen raus, das mein x hätte. Das heißt, wenn mein x eben positiv ist, kriege ich eine 1 zurück. Und ja, wir nutzen hier tatsächlich Zahlen dafür. Wir benutzen nicht nur das Vorzeichen. Das Vorzeichen ist ja im Endeffekt, wenn ich hier Minus x schreibe, meine ich eigentlich Minus 1 mal x. Nur dieses 1 mal lassen wir einfach meistens weg. Deswegen ist unser Sign oder unser Signum eigentlich eine Funktion, die uns binär sozusagen was zurückgibt. Allerdings negativ binär ist auch möglich. Also entweder es gibt uns 1 zurück, wenn x größer 0 ist. Es gibt uns 0 zurück, wenn x gleich 0 ist. Und es gibt uns Minus 1 zurück, wenn x kleiner als 0 ist. Und hier brauchen wir tatsächlich die 3 Fälle, nicht nur 2 Fälle. Und deswegen habe ich mich da oben auch dafür entschieden, eben alle 3 aufzuschreiben. Ist ein bisschen deutlicher dann. Und ja, das Signum kann 0 sein, wenn unsere Zahl selber 0 ist. Dann brauchen wir gar kein Signum. So, und was wir jetzt hier machen, ist folgendes. Wir haben dadurch einige coole Rechenregeln, die teilweise sich auch direkt quasi auf die Definition beziehen. Zum ein bisschen besseren Verständnis. Also, das heißt, Betrag x ist natürlich dasselbe wie Betrag von Minus x. Das ist 1 zu 1 genau dasselbe, weil wenn meine Zahl positiv ist oder negativ ist, völlig egal, und ich einfach minus 1 mal vorne dran mache, ist genau das das, was wegrationalisiert wird. Umgangssprachlich besprochen. Wenn ihr einen genauen Beweis wollt, das ist Übungsaufgabe. Die kann man super gut beweisen. Und eigentlich alle Sachen kann man super gut beweisen. Wir machen einen Beweis noch zusammen nachher. Aber ich finde, ich will nicht wieder so einen Riesenschinken machen wie letztes Mal. Weil die hier sind auch tatsächlich sehr, sehr gute Übungsaufgaben, weil die gar nicht mal so kompliziert sind zu beweisen. Okay, wir machen weiter mit der zweiten Regel. Weiß ich nicht, warum das jetzt hier kursiv sein muss. Naja gut, Betrag x ist auf jeden Fall größer gleich 0. Das heißt, die kleinste Zahl, die wir bekommen können, ist im Endeffekt 0 und alles andere ist entweder, ja, ist halt größer. Und das sehen wir eigentlich auch schon anhand der Definition. Wenn es ja negativ ist, dann mache ich es ja positiv. Das heißt, das kleinste, was ich bekommen kann, ist eben 0. Weil jede andere Zahl ist ja größer als 0. Weil die negativen Zahlen, die ja eigentlich kleiner wären, die werden ja positiv gemacht. Und damit ist 0 die kleinste Zahl, die wir rausbekommen. Auch umgangssprachlich gesprochen. Formeller Beweis, gerne. Dann das dritte ist das x. Und jetzt wird es interessant langsam. x ist kleiner gleich Betrag x. Das ist jetzt eine interessante Schlussfolgerung, die eigentlich auch direkt aus der Definition rausgeht. Aber man muss es erstmal so formell aufschreiben. Meine Zahl ist entweder gleich Betrag x oder sie ist kleiner als x. Klar, es gibt ja eigentlich nur zwei Fälle. Nämlich entweder, gut, 0 betrachten wir separat. Da ist es sowieso gleich. Wenn x gleich 0 ist, dann ist auch Betrag x gleich 0. Das sehen wir direkt. Hier kommen wir da drauf. Also dasselbe. Wenn es Betrag x ist und x ist größer als 0, ist es auch definiert als x. Und wenn es Betrag x für eine negative Zahl ist, dann wird es definiert als minus x. Und damit ist mein Betrag x natürlich größer als meine ursprüngliche Zahl, weil ich mache sie positiv. Eine positive Zahl ist ja immer größer als eine negative Zahl. Das heißt, meine negativen Zahlen drehe ich quasi um. Und damit haben wir diese Ungleichung hier, die wir auch später noch benutzen werden. Das ist super interessant, wenn man das so aufschreibt und kann helfen. So, dann ein bisschen was zu dem Signum und dem Betrag, wie die so ein bisschen zusammenhängen. Die sind auch relativ intuitiv verständlich, würde ich behaupten. x wird berechnet als Betrag x mal Signum x. Oder vielleicht intuitiver hätte ich es andersrum schreiben sollen. Signum von x mal Betrag x. Weil hier steht dann im Endeffekt 1 mal x oder minus 1 mal Betrag x, was im Endeffekt minus x wieder ist. Und dementsprechend haben wir wieder unsere normale Zahl zurück. Das heißt, das Signum macht mir im Endeffekt wieder meine normale Zahl aus meiner Zahl selbst raus. Kann man natürlich auch andersrum aufschreiben. Die beiden sind quasi dasselbe. Das heißt, Betrag x ist natürlich auch x mal Signum von x. Das heißt, im Endeffekt hier unten, das ist ja genau dasselbe. Wir machen hier minus 1 mal x. Ja, also kriegen wir das Vorzeichen weg, wenn x kleiner als 0 ist. Und wenn es größer ist, dann haben wir sowieso hier unten die 1. Also im Endeffekt ist das die Definition von Betrag x. Weil Signum ist im Endeffekt genau das, was hier steht, nur eben ohne x. Und da multiplizieren wir halt einfach noch x drauf. Cool. So, und jetzt kommen die interessanten beiden Rechenregeln. Nämlich einmal die sogenannte Dreiecksungleichung. Ja, das ist die hier. Die Dreiecksungleichung besagt, wenn ich zwei Zahlen addiere und dann den Betrag davon nehme, dann ist das hier kleiner als oder gleich, wie wenn ich eben die beiden Zahlen erst positiv mache, also quasi einen Betrag davon nehme und anschließend sie zusammenrechne. Also hier kommt es quasi darauf an, was mache ich zuerst. Ja, und das sehen wir relativ gut eigentlich. Ich finde, das ist jetzt auch der Beweis, den ich mit euch gemeinsam machen möchte. Das sehen wir relativ schön eigentlich auch. Wir haben ja hier auch wieder zwei Fälle. So, das heißt, ich zeichne das hier jetzt tatsächlich mal von Hand hin. Also wir haben x plus y. Ja, das ist mein erstes, das, was wir quasi gegeben haben. Und das wollen wir überführen sozusagen hier rein, beziehungsweise zumindest zeigen, dass das wahr ist. Wir haben hier zwei Fälle, wie gesagt. Einmal haben wir den Fall, dass x plus y eben, also das, was innen drin steht, das hat ja auch nur diese drei Fälle von hier oben. Und 0 nehme ich jetzt einfach mal in den Fall hier oben mit rein. Das heißt, wenn das Ding positiv ist oder gleich 0 ist, dann kann ich auch schreiben, ja gut, das ist im Endeffekt x plus y. Ja. x plus y. So, das sind meine zwei, oder das ist einer meiner Fälle. So. Ähm. Und jetzt ist ja jede dieser beiden Zahlen nach der Regel 3, also dieser Regel hier, ist ja kleiner gleich ihrem Betrag. Das heißt, x ist kleiner gleich ihrem Betrag. Und y ist auch kleiner gleich ihrem Betrag. Wenn ich allerdings zwei Posi-Zahlen, äh, Posi-Zahlen, genau, positive Zahlen aufeinander addiere, dann kommt immer irgendwas Positives raus. Das war eine unserer grundlegenden Rechenregeln, ja. Die Monotonie der Addition und so weiter. Ihr kennt den Spaß. So. Und dementsprechend kann ich einfach hierher gehen und sagen, ja gut, aber wenn die beide, oh, das ist das hässlichste kleiner gleiche, als ich jemals geschrieben habe. Wenn die beiden ja jeweils kleiner als ihr Betrag sind und meine Addition sowieso immer zu einer größeren Zahl führt, dann kann ich hier schreiben, Betrag x plus Betrag y. Das darf ich ja nach der dritten Regel hier einfach machen. Ich schreibe hier mal eine 3 oben drüber. So. Jetzt haben wir noch den zweiten Fall, den müssen wir auch noch beweisen. Der ist ein bisschen komplizierter. Und zwar, auf der anderen Seite nehmen wir jetzt einfach mal ein x plus y ist negativ. Das heißt, im Endeffekt, das Betrag x plus y, das negativ ist. Also, wir schreiben minus 1 vorne dran und haben quasi x plus y da drin. Wichtig ist hier, wir müssen hier diese Klammer drumherum machen. Also, minus x plus y. Weil, das bezieht sich auf beides, ja. Das bezieht sich auf alles, was innen drin steht und das wird geklammert. So. Und was wir jetzt haben ist, wir können hier ganz einfach sagen, ja gut, aber damit ist ja Betrag, ich mach das jetzt mal hier unten, damit ist ja Betrag x plus y für diesen Fall gleich Betrag von minus x plus y, ja. Das heißt, ich kann einfach hier, mein Betrag ist ja dasselbe. Das ist ja hier oben aus der ersten Regel. Das geht da direkt raus hervor. Wir dürfen hier das Minus einfach vorne dran schreiben. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir hier die Klammer mitnehmen. Die muss da sein. So. Und wenn ich das jetzt hier mache, dann kann ich ja mein Minus ausklammern. Das kennt ihr vielleicht auch noch, dass ich ja einfach sage, okay, hier steht minus 1 und wir dürfen jetzt hier einfach die minus 1 vorne dran rechnen. Also, minus 1 mal x, minus 1 mal y, die beiden addiert. Was hier also steht, ist Betrag von minus x plus minus y Betrag. So. Weil ich darf ja hier diese minus 1 auf beide einfach ausklammern. Das ist eine Rechenregel. Die haben wir so definiert. So. Ja, aber was wir jetzt hier stehen haben, ist ja eigentlich auch wieder genau dasselbe, was wir oben stehen haben, weil wir haben ja jetzt hier zwei oder wir haben ja hier was Positives draus gemacht. Wir haben es ja umgedreht. Also, das heißt, das war ja für den Fall, dass x plus y negativ ist. Und da haben wir einfach gesagt, ja gut, dann drehen wir halt das Vorzeichen um und somit haben wir positive Zahlen oder den Betrag von was Positiven. Das heißt, wir können jetzt hier einfach den Teil hier oben 1 zu 1 verwenden, denn der hat ja gegolten. Das heißt, wir können quasi das, was wir gerade eben bewiesen haben, hier unten auch einsetzen, weil die hier sind ja jetzt positiv. Also, minus x plus y ist ja jetzt was Positives, ja, weil wir das im Endeffekt angenommen haben. Der obere Fall war, falls das davor positiv war, also muss der untere Fall sein, wenn es negativ ist. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann dürfen wir das auch so ausklammern. Okay. Und dann darf ich also jetzt das, was ich gerade eben bewiesen habe, hier auch direkt wieder einsetzen. Das heißt, das ist kleiner gleich Betrag von minus x plus Betrag von minus y. So, das ist im Endeffekt das, was da steht. So, und jetzt haben wir aber den Betrag hier oben definiert als Betrag von x ist gleich Betrag von minus x. Das heißt, ich darf hier einfach ein ist gleich schreiben Betrag x plus Betrag y, weil das kann ich ja für jede von den Regeln auch einzeln einsetzen. Und dementsprechend haben wir hier genau dasselbe stehen wie da oben. Kleiner gleich Betrag x plus Betrag y. So, und damit haben wir das hier bewiesen. Cool. Das war eigentlich gar nicht so schwer, aber man muss es natürlich irgendwie formell herleiten. Und das ist immer die größte Schwierigkeit. Ein letztes habe ich noch für euch. Und das ist wahrscheinlich die schwierigere Übungsaufgabe von all den sechs Übungsaufgaben, die ihr hier machen könnt. Und zwar, wir können einfach sagen, siebtens, wenn wir den Betrag von zwei multiplizierten Zahlen haben, ja. Das heißt, wenn wir hier sagen, okay, Betrag von x mal y, dann ist das dasselbe wie wenn wir sagen, Betrag x mal Betrag y. Und, ähm, ja, das eigentlich ist sie gar nicht so schwer zu beweisen. Aber ihr kriegt das hin, bin ich mir ganz sicher. Und das ist eigentlich alles, was wir in rechten Regeln beachten müssen. Die meisten davon sind sehr intuitiv. Und ich glaube, man kann da einiges mitmachen, mit rumspielen sozusagen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.